So, Hallöchen und herzlich willkommen zu der 28. Folge mittlerweile schon von Master Hexit und zwar immer noch mit dem Time Cool, hallo. Hey, klein aber fein mein Haus, jetzt brauch ich nur noch ne Tür. Hey du, du, hast du Holz für mich? Hey, komm mal runter, hey, Spaß. Lol, was ist das? Das sind so zwei Viecher. Ich flieg einfach jetzt mal mit meinem Stab ganz nach oben, zu diesem Auge da. Ähm, jetzt, da ist noch kein Sattel, Sattel drauf und, naja, jetzt muss ich hier den Zaun kaputt schlagen, wenn man es darüber hindert. Und, und, und warum habe ich immer noch so ein kleines scheißgelbes Schokobo? Sicher, dass ich hier so ne Tür finden muss. Ja, bin ich sicher. Anders kommst nicht, Fax. Na toll. Ah ja, der steckt da in der zweiten Dimension. In dieser lustigen Dimension halt. Ich schlag jetzt so ein Vieh, ne? Mehr oder weniger lustige Dimension. Scheiße, oh fuck, ist Schokobo ist fast tot. Scheiße, ich hab Schiss. Ja, scheiße Schiss. Okay, ähm, was für geile Viecher, ey. Warte kurz, ähm, wie bekommt man ein weißes durch ein grünes und ein blaues, bekommt man ein weißes Dufter. Scheiße. Oh, scheiße, Musik. So, grünes Gisal nehm ich mir ein bisschen mit. Die werfen mich einfach hoch oder teleportieren mich hoch, dann falle ich runter und hier in dieser Dimension bekommt man kein Fallschaden. Nicht? Geil. Okay, du musst dich irgendwie, glaub ich, umbringen und dann kommst du wieder hoch. Ja, wenn ich, wenn ich mich umbringe, dann sind meine Sachen weg. Ja, dann sind deine Sachen weg. Egal, ich, wenn, dann will ich stilvoll sterben. Und wie? An Hunger. Ja, genau so. Der stilvoll. Oh, scheiße, scheiße, auf den Flash. So, jetzt kann ich schnell die Chokobo ein bisschen. Äh, Chokobo, du backst da ein bisschen. Hey, ach, ich darf mir nicht, ah, jetzt. Also, ich google jetzt mal, wie man da rauskommt. Das ist geheilt, das muss ich noch heilen, genau. Hexit. Du bist ja echt verarscht. Zweiter. Oh, Mann, Chokobo so umsielt, macht so viel Spaß. Ich hab schon wieder vergessen, die Stumpo anzumachen. In wieder ein paar Minuten. Und da muss ich, muss auch ich mal irgendwann auf Tantenjagd gehen. Ey, das ist ein Witz, oder? Es gibt keine Suche. The fuck. Ich, 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 kein, kein Vollidiot, der, wie ich, noch nicht in einer Zeitendimension war. Okay, der hat einen Sattel drauf, dann gehe ich mit dem. Och, Mann. Macht Spaß. Ja, sehr viel. Vor allem habe ich hier meine Dingsrüstung mit, meine Skelet, Skelet-Rüstung, Skelet-Rüstung, meine ganzen Rucksäcke. Okay, ich hab'n gelbes Chokobo, das fliegen kann. Ich pack' eben Dings. Weißt du was? Alles gut. Ich, ich hab' gar nix. Ich hab' noch nicht mal Essen dabei. Ganz Rack. Ich teleportier' mich einmal zu hoch. Wie? Und dann ist es um Schwert. Hm. Ja. Egal. Die Rüstung ist sowieso unnötig, hab' ich doch gesagt. Jetzt ist auch noch mein Dings kaputt, mein. Ja, ausweglose Situation, würde ich mal sagen. So, ich mach' jetzt ja einfach alles kaputt. Mwahahahaha. Wahrscheinlich muss man einfach nur sterben und dann ist man wieder zu Hause. Außer an Hunger. Und wenn man an Hunger stirbt, dann kommt man einfach ganz normal nach Hause. Mwahahahaha. Oh, Mann. So, Chokobo, lauf, lauf, lauf. So, und hier hast, und hier habt ihr einen guten Stall. Wie heißt denn diese Welt? Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Mond oder was? Ähm. Keine Ahnung, da fragst du mich was. Ich baue mich jetzt einfach runter. Ja, das geht auch. Also, ähm, nehmen wir uns, falle es jetzt aus, oder? Ja. Also, wenn du sie nicht mehr einschaltest. Ja, natürlich. Und das werde ich, glaube ich, nicht so schnell. Oh, unser Chokobo hat geschissen. Ein Chokobo-Fehler. Warte, ich will dann schon so, dass das, ich will schon so sterben, genauso. Ich falle ins Nichts. Ich falle ins Nichts. Und ich bin tot und meine Sachen sind weg. Richtig geil. Wo bist du denn? Oh, mein Flug... Äh, 1000. Aber mein Flugstart, den hab ich noch. Ja, Solid Tether wahrscheinlich, oder? Ja. So, jetzt habe ich es endlich geschafft, alle meinen Chokobo-Fehler rüberzuholen. Nein! Meine ganzen Spiegel! Oh, da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Juckt. Mein Schwert ist weg, alles ist weg, läuft bei mir. Ist aber nicht so, dass ich alles wieder besorgen kann. Egal, ich, ich nehm jetzt mir hier wieder meine... So, jetzt kann ich bei mir oben mal das Kistenlager ein bisschen anfangen. Und zwar fange ich mit dieser Kiste an. Das wird alles Chokobo, Visan und so und so. Natürlich. Was ich auch noch machen muss, ist ein bisschen Holzfahnen. Ja, aber in Frage, ist, ist, ist eine Living Metal Axt gut? Oh, keine Ahnung. Ein bisschen, bis jetzt wieder in der richtigen Dimension? Ja. Okay, entschuldig. Dann können wir ganz kurz schlafen gehen. Warum willst du nicht mal schlafen? Ich geh jetzt auf Dungeonjagd. Bitte. Ich will aber auf Dungeonjagd gehen. Oh Mann, okay, dann lässt. Ich brauch wieder Level. Ja, ich mach das wahrscheinlich nächste Folge dann. Weil jetzt habe ich wahrscheinlich für meine Zuschauer seitdem die zwei Wochen kein Dungeonjagd mehr gemacht. Ja, weil ich hab gestern fünf Folgen, jetzt heute schon die zweite Folge. Oh Mann. Ich hab noch nicht mal einen Rucksack. Das ist so eine Verarschung. Mach dir doch einen. Ja, mach ich mir jetzt auch, aber trotzdem. So, es lebe Living Metal. Ich habe wahrscheinlich zu wenig Platz, um alles aufzusammeln. Ich werde nochmal einmal in die Dimension gehen und werde ihn so in den Arsch ficken. Ich werde mir einen Bogen machen, ich werde mir die beste Rüstung machen und dann werde ich einfach sterben. So zum Schluss. So, jetzt ist halt zwei Bäume gefällt, zwei große. Und, ja, chillig ist, dass ich kein Leder habe. Nicht? Doch, nee, doch. Hast du Rotten Flash? Ja, ich weiß. Ah, der Sch... So, ähm, ja. Kein Bock mehr, ich hör auf. Oh, meh. Ich verbrenne alles. Ja, natürlich. So, die Leder hat uns weg. Egal, ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade die wertvollste Rüstung weggeworfen, äh, sozusagen weggeworfen habe, aber... Ich würde mal sagen, läuft bei mir, oder? Ja, chillig. Ich hab kein Leder mehr, das ist doch ein Witz. Weißt du was? Ich bleib jetzt hier einfach zu Hause und mach mir jetzt hier... Hol mir jetzt... Mach mir jetzt zwei Schokobows und Party. Also, ich hab... It's magic. Wusstest du, dass Hamster Inzucht, Leute, äh, Kind... Inzucht... Inzucht Tiere sind? Was? Okay. Ja, so ein Typ, so ein Wissenschaftler hat... Und woher weißt du das? Ja, ich hab heute Dings geguckt. Ich hab heute Dings geguckt, wie heißt's? Ah, Dings. Löwenzahn. Ja, ich auch Dings. Löwenzahn. So, ich versuch jetzt, ein weißes Schokobow zu züchten mit zwei Gurken Gysals, weil dann ist ja die Chance bei 50 Prozent, dass ein rauskommt. 50 Prozent? Und du? Komm schon. Komm, halt. Ah, nein, ein grünes. Ah, shit. Nur ein grünes. Nur ein zweites grünes. Das kannst du haben. Ja, gibst mir. Ja, gibst mir. Okay, du musst es nur schaffen, irgendwie rauszubekommen. Wie geht wieder das? Okay, nee, die Grünen können ja klettern, das wird kein großes Problem sein. Ja, mach Ouna. Du musst mich um... Du musst den Ouna beändern. Ja, ich hab kein... Ja, ich hab kein... Nein, als ob ich mach das oben irgendwo. Ich mach ein hässliches Käfig... Einen hessischen Käfig und das war's. So, ähm... Jeder macht Schoko... Schoko-Dings. 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 Und jetzt mach ich auch Schoko-Dings. So, ich mach nur kurz vier Crafting-Tables. Einfach, dass ich's habe. Ich hab keinen Plan, was ich... Also, wie man am besten Schoko-Boost züchtet, aber Jolo, ne? Du, ähm... Du, ähm... Du, was glaubst du, Gysal? Ja, das hab ich genügend. Wie viel? Zwei Kisten. Ja, natürlich. Nein, Spaß. Ein bisschen weniger. Ein bisschen. Ziemlich viel weniger. Och, ich hasse dieses Biom. Ganz ehrlich, ich komm zu dir. Ich... Ich baue mir irgendwann ein Haus neben dir. Ja, geil. Aber wie findest du denn mein Haus? Cool, cool. Geil aus wie in dich. Ja. Ah, danke. So. Seid hier rein in die gute Stube. Ich hab's in das Level, yeah. Ich muss unbedingt leveln gehen. Ähm, jetzt baue ich mir kurz ein paar Schilder. Dann kann ich oben kisten. Nein, ich hab zwei Menschen, oder was ist das? Was denn? Diese... Nein. Och, man kriegt... Krieg ein mit so bunten Federn hinten am Arsch. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ob das jetzt... Ob das jetzt männlich ist, oder weibschig. 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 Ey, hier sind so viele Monster bei dir. Ich hab Schiss. Echt? Okay, ich hab ne gute Rüstung, aber... Schokobotzex. Ich komme zu dir. Yay. Ich baue mir ein Jackpack. Ja, natürlich. Ey, weil... In deiner Schokobot-Farm ist ein Zombie. Oh, kannst du ihn killen? Ja. Welches darf ich mir denn nehmen? Ähm... Eins von den grünen. Weil ich dürfte zwei Stück haben. Oder vielleicht ist der eine noch nicht ausgewachsen? Alter, wie kann... Wie kann das Skelett mich denn killen? Bekomme ich... Alter, wie kommen die denn hier rüber? Guck mal, du musst hier unbedingt ausleuchten. Ja, mach ich gleich. Ähm, ich kann kurz beim Ein-Jokobot-Owner changen. Entschuldigung. Äh, hast du kein... Kein Dings... Äh, kann ich vielleicht das hier, das Weibchen hier? Du hast zwei Weibchen. Warte, das hier, hier in der Ecke, das? Welches? Ach ja, natürlich. Weil das... Guck mal, das ist von... Ich hab's nicht geschlagen, das ist das Skelett, darf draußen. Skelett, wo ist das Skelett? Draußen. Jetzt... Leck mich doch mal. Du musst unbedingt ausleuchten. So, ja, behindernes Skelette. Oh, ich hätte fast nicht geschlagen. So, du Skelett. Oh, fuck, jetzt. Gefährlich. So, stopp. Was hat das getroffen? Oh, ne Schüsseleit, just play, chillig. Du hast nicht zufällig noch einen Sattel für mich, oder soll ich den erst einholen? Äh, Sattel hätte ich oben noch einen. Also bei mir. Ich holen. Boah, ich bin so schnell... Das Skelett pisst dich. Wo oben? Ähm, in meinem Haus, obere Etage bei Chocobo zurücks, dürfte ein sein. Chocobo. Da. Okay, nein, du hast noch zwei. Ja. Kriegst du zurück. Jo. Auch man, ich will höher springen. Kommst runter? Ja. Ja. Change owner. Ähm, time cool. Ich bin zu schnell. Ah! So, es ist ein Schubo, das da. Emily, I can fly. Okay, bin ich schnell. Wie will ich jetzt hier raus? Hat das sich irgendwie rausbauen? Viel Spaß. Ah, danke. Ja, ich hab den Chocobo gegeben. Jetzt kannst du dich selber rausbauen. Jo, jo. Ich komm, weiter, ich komm hier. So, ähm, da hab ich Holziges. Holzzeugs. Okay, ich bin so schnell mit dieser, mit der Rüstung. Wie will ich jetzt, wie, guck mal, wie schnell ich bin. Ich bin jetzt schon in, ich bin schon in der nächsten Stadt, ne? Ah, ja. Ich bin jetzt schon in der nächsten Stadt. Oh, nein, es hat Charme bekommen. Ja, kannst du ja mit Dings, mit Grün Gizar wieder herrichten. So, ich geh mal kurz, ähm, paar Gehasen, paar Level. Ich hab zwei. ok ich versuche jetzt meine sickle auf glück zu verzaugen habe ich hab da war ich mehr level die versuchst du ja weil übrigens du bist letzte folge bis zu hier fünf ich weiß ich habe nie gesehen und unten also jetzt habe ich auch unten bei mir habe ich jetzt auch ja ich hab's gesehen okay vor mann ich mach neun level ich war noch zwei bänden level sind mobs dass ich bin ich habe drei golden gysal ja okay weil weil damit habe ich schon wieder eine schluss chance genau weil mit lauvisal besteht nur ein 20 prozent der chance damit das nächste bekommst ich habe mich ein wenig damit auseinandergesetzt aber auch nicht viel und ich mache lieber auch mein gott so macht liebe ja warum liebe warum warum wollen die keine liebe ach ich musste erst ohne was so ja du musst du erst mit gysal verliegen jetzt hat er hat er zwei golden golden gysal gefressen im fall hast du noch ein paar enchanten fläschchen ne habe gerade alle ausgebraucht für meine rüstung weil ich brauche noch ein halbes level etwa wo das ende mein ding kill ich jetzt ne mach ich nicht weil ich will nicht so jetzt lebt euch ich hab ich hab ich hab ein grün ich hab ein grünes ist das gut ja grünes ist halt die nächste stufe und was möchte ich dann machen dann passt noch ein blaues dann könnt ihr ein weißes züchten wie mache ich ein plaus aus zwei gelben oder was genau noch mal also alles glück das kann ich jetzt nicht machen muss ich jetzt nicht machen muss bis zu warten um nach komm schon die sprache noch ein verdammtes halbes level man kriegt gibt es nicht so was wie auch holen und zu schatz sind hier viele wir gehen wir müssen wir was machen unbedingt jolo hat das der kraft von feld er und was ist das eigentlich was ist nether portal ja wir gehen mal rein und kommen wir wieder zurück gehen mal rein und kommen wir wieder zurück ja aber aber es ist es ist es hier ist noch so das heißt es ist richtig ist richtig kann wurde dann landest ich mache es lieber nicht ja erkennt es ist der der px machen und das schnell weg machen bevor du die band wird also ähm ich gehe jetzt ein paar schäfchen damit ich level bekomme die arme legt am schafe ok da ist das noch cool die kann auch sterben du hast sie doch in ruhe nicht ne ich mache level ein verdammtes level du tier schänder da und jetzt wollte ich dann nachher auch gleich ähm ich komme schon nicht fach noch ein verdammtes level bitte irgendwo noch irgendein mob der jörgende eins so wo meine folge ist schon zu lange 15 minuten schon zu voll aber ich bin ich will es auch nicht meine level haben doch mal noch ein verdammtes level und dafür kriege ich jetzt alles was mir in den weg kommt komm schon level ich will dich willst mich verarschen ich will dich willst mich verarschen ihr könnt mich alle mal du musst jetzt auch sterben ihr könnt mich alle mal was so gut level wo sind die so ich werde mich einsetzen dafür dass es ne runde gibt ne runde gibt ähm äh dass man einfach einfach so diese kisten sortieren kann ohne aufzunehmen und dann werde ich irgendwann mal dann die sortieren die kisten so hier gesal ja du lebst wer hat ihr habt alle genügend level genau mach noch eine ich kann rename ja akzept 2 ich ich mache so lange bis ich noch ein level habe lieb mich lieb mich hm hm change owner mein Name ja change owner kann kannst du mir geben nicht was kannst du behalten du hast doch ein grünes ja natürlich was scheiße ist du brauchst ja ein männchen und ein weibchen ne ja und ich hab ein ich hab ein männliches grünes und ein weibliches blaues okay der hat schon schwarzes aber lustigerweise kein weißes ja irgendwie komisch ne hm hm läuft bei dem was passiert wenn ich grün und grün parke gar nix grünes eventuell vielleicht geht doch gar nicht was man kann niemanden was für ein scheiße hier ne 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 keine ahnung mal gucken kann ich mal wieder fahren bei dir ich brauche ein bisschen geholfen gysel ne warte kurz ich will dasselbe machen mit meiner seckel die ich jetzt in der nächsten Folge zauber weil ich noch oh das wird schon es gibt Level so ich will sich in einem Level noch voll bekommen und dann geht es bei mir in der nächsten Folge weiter ja ich hab einen Level juhu also ich würde sagen ich gehe hier gleich vom Server ich bedanke mich fürs Zuschauen ja vielen Dank fürs Zuschauen guckt auch mal bei Timecool vorbei dann ja und tschüss